Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des ADHS-Family-Podcasts, dem Podcast, der euch das Neueste aus der ADHS-Forschung, Tipps und Tricks zur Erleichterung des Alltags und jede Menge Verständnis für eure ganz spezielle Situation bringt. In der letzten Episode haben wir begonnen, mein absolutes Lieblingsthema unter allen Gebieten der ADHS zu behandeln. Die positiven Eigenschaften von Betroffenen, in unserem Fall von betroffenen Kindern. Und nachdem es da erfreulicherweise eine ganze Menge gibt, geht es heute genau damit weiter. Aber es wird nicht nur um all die wunderbaren Charakterzüge unserer besonderen Kids gehen, sondern auch darum, wie wir unseren Kindern helfen können, diese tollen Persönlichkeitsmerkmale zu erkennen und ihnen klarzumachen, welch unheimliche Chancen die ADHS für sie bedeuten kann. Hallo, ich bin Anna, vor 15 Jahren noch verzweifelte Mama eines Kindes mit ADHS. Aber heute, viele Jahre und mehrere Fortbildungen später, bin ich Expertin für ADHS und eine sehr entspannte Mutter eines mittlerweile 19-Jährigen, der trotz dieses Syndroms zu einem glücklichen und beruflich erfüllten jungen Mann herangewachsen ist. Ich möchte euch mit diesem Podcast genau dort zur Seite stehen, wo auch ich vor vielen Jahren Hilfe gebraucht hätte. Denn ich wünsche mir nichts mehr, als dass es euch auch gelingt, euer Kind in ein glückliches und erfolgreiches Erwachsenenleben zu begleiten. Wie in der letzten Episode schon angesprochen, gehen ja die positiven Eigenschaften von Kindern mit ADHS meist unter zwischen all den besonderen Problemen, die unsere Kinder und damit auch wir als Familien haben. Weder wir als Eltern noch die Kids selbst sehen im stressigen und belastenden Alltag, was sie eigentlich alles drauf haben, wie absolut besonders sie in vielerlei Hinsicht sind, und zwar besonders im positiven Sinn. Um uns all das vor Augen zu führen, habe ich diesen zweiteiligen Podcast gemacht. In der letzten Podcast-Episode haben wir schon einige der besonderen Eigenschaften und Talente von Kindern mit ADHS gehört. Dazu habe ich euch eine Textstelle aus meinem Buch »Schon wieder hat Max« vorgelesen. Erinnern wir uns, Mama und Papa Bergmann, die Eltern des 11-jährigen von ADHS betroffenen Max, kommen gerade von der Endbesprechung mit der Psychologin nach Hause und wissen nun, dass ihr Sohn tatsächlich ADHS hat. Und um der Diagnose die volle Wucht zu nehmen, führen die Eltern ihrem zerknirschten Spross viele der wunderbaren Charakterzüge und Anlagen vor Augen, die von ADHS betroffene Menschen typischerweise haben. Bisher haben wir so erfahren. Menschen mit ADHS haben sehr viel Energie, sie können sich bei Interesse in eine Sache extrem reinfuchsen, sie sind redegewandt und tierlieb, haben meist einen tollen Sinn für Humor, großes Mitgefühl für andere, eine extrem soziale Ader, feine Antennen und sie sind loyal und treu. In Teil 2 zu diesem Thema erfahren wir nun, wie die Worte von Mama und Papa Bergmann auf den 11-jährigen Max gewirkt haben, welche weiteren positiven Eigenschaften und Fähigkeiten in diesen Kindern meist stecken, wo ihr in der ADHS-Literatur und im Internet Belege dafür finden könnt, welch tolle Persönlichkeiten Menschen mit ADHS sind, Textstellen, die ihr euren Kindern zeigen könnt, damit sie schwarz auf weiß sehen, dass die ADHS auch so viel Gutes bringt. Außerdem zählen Max' Eltern ihm noch mehrere berühmte Persönlichkeiten mit ADHS auf, damit Max erfährt, dass man trotz ADHS oder gerade deshalb seinen Weg machen kann. Und schließlich hört ihr auch in der heutigen Episode eine Erklärung für etwas sehr ADHS-typisches. Und zwar für diese kaum zu verstehende Diskrepanz zwischen ich habe keinen Plan von irgendwas auf der einen Seite und messerscharfen Verstand auf der anderen Seite. Diese Diskrepanz verstehen wir als Eltern ja meist schon nicht und andere verstehen sie schon gar nicht und unterstellen dann unseren Kindern oft, dass sie sich nicht anstrengen wollen oder sich mit Absicht dumm stellen. Aber Papa Bergmann hat da im Buch eine gute Erklärung dafür, die ihr bei Bedarf dem kritischen Umfeld mal um die Nase reiben könnt. Hier also der zweite Teil von Kapitel 7 des Buches Schon wieder hat Max. Wie gesagt, die Eltern haben Max die Diagnose gerade eröffnet und ihm aber auch gesagt, was es alles Gutes an sich hat, wenn man ADHS hat oder an sich haben kann. Und an diesem Abend schreibt Max dann Folgendes in sein Tagebuch. Was soll ich euch sagen, Leute? Natürlich ist es genau so gekommen, wie es kommen musste. Allerdings hätte ich nach all dem, was Mom und Dr. Mannheimer schon so von sich gegeben haben, ohnehin keinen Oktopus und auch keine Glaskugel gebraucht, um das Ende der unendlichen habe ich's oder habe ich's nicht Geschichte vorherzusehen. Klar habe ich die fiese Störung. Gott sei Dank hatten Mom und Dad heute ein paar echt hilfreiche Erklärungen. Anfangs dachte ich ja, die beiden haben sich das alles nur ausgedacht, um mich zu beruhigen. Aber Mom hat dann versprochen, mir morgen einiges aus ihren Büchern vorzulesen. Also können sie und Dad all die Aussagen, dass ADHS auch was für mich bringen kann und welche berühmte Menschen es auch haben, unmöglich erfunden haben. Apropos Dad. Jetzt muss ich mal ein wenig zurückrudern und die bösen Worte über doofe ADHS-Facebook-Gruppen und Moms Gehirnwäsche bei ihm zurücknehmen. Denn er kennt sich in der Zwischenzeit offenbar auch schon recht gut mit dem Thema aus und hat heute sogar mehr Aufmunterndes als Mom gesagt. Ich war echt beeindruckt. Alle Daumen hoch, Dad, meinetwegen auch die Blau-Weißen. Und am Tag darauf, als Mama und Papa Bergmann dann eben noch weiter in ihren Büchern recherchiert haben, schreibt, nachdem wieder ein Gespräch mit Max erfolgt ist, Harald Bergmann folgendes in sein Tagebuch. Also, ich muss sagen, Doris und ich haben das gestern mit Max besser hinbekommen als erwartet. Wir hatten beschlossen, dass vorwiegend ich reden sollte. Doris meinte nämlich, dass bei Max in letzter Zeit immer öfter die Rollläden runtergehen, wenn sie ihm etwas erklärt. Kein Wunder bei all den Regeln, die sie für die Kids aufstellt. Die hält unser Junior natürlich nur bedingt ein und dann ist bestimmt mehr als die Hälfte der Gespräche zwischen den beiden weniger angenehm für Max. Und Doris gehört auch nicht gerade zu denen, die sich kurz fassen. Selbst ich erwische mich immer wieder mal dabei, einfach auf Durchzug zu stellen. Wie auch immer, zu Beginn war Max jedenfalls noch recht zerknirscht und vor allem skeptisch. Doch je länger wir mit ihm sprachen, desto weiter wanderten seine Mundwinkel nach oben. Ich denke, am meisten beeindruckt war er von all den Prominenten, die trotz oder gerade wegen ihrer ADHS wirklich erfolgreich sind und die auch öffentlich dazu stehen. Die Listen, die sich dazu im Internet finden, haben sogar mir den Mund offen stehen gelassen. Doris und ich haben dann gestern bis um zwei Uhr morgens fieberhaft in sämtlichen Büchern nach weiteren positiven Aspekten von ADHS und im Internet nach berühmten Persönlichkeiten mit diesem Syndrom gesucht, damit wir Max heute schwarz auf weiß zeigen konnten, dass er beste Chancen für die Zukunft hat. Das hat uns dann selbst auch einiges an Zuversicht und Mut gegeben und uns immer wieder vor Augen geführt, wie viele wunderbare Charakterzüge unsere kleine Nervensäge eigentlich hat. Denn wenn man ständig auf die Mängel seines Nachwuchses hingewiesen wird und diese ja auch tagtäglich miterlebt, sieht man kaum noch die Qualitäten und Stärken seines Kindes. Gestern haben wir Max ja schon einiges aufgezählt, das wir bereits aus Büchern wussten. Dass Menschen mit ADHS sehr empathisch sind, dass sie einen besonderen Draht zu Tieren haben, dass sie tolle verbale und kommunikative Fähigkeiten haben, dass sie humorvoll und unterhaltsam sind, dass sie andere schnell durchschauen und dass sie aufgrund all dieser und weiterer Eigenschaften beruflich ausgesprochen erfolgreich sein können. Aber es gibt noch ganz viel anderes und auch das machte wieder mächtig Eindruck bei unserem Zweitgeborenen. Menschen mit ADHS haben zum Beispiel einen ausgeprägten Gerechtigkeitssinn und setzen sich oft für andere ein. Volltreffer für Max, denn er kann es gar nicht abhaben, wenn jemandem Unrecht geschieht oder auf ihn oder sie losgegangen wird. Leider spielt er dann oft den edlen Retter und bringt sich dadurch in Schwierigkeiten. Trotzdem macht ihn diese Eigenschaft wirklich lebenswert und das haben wir ihm auch gesagt. Hand in Hand damit geht eine für ADHSler typische, extrem große Hilfsbereitschaft. Wir wussten das ja schon, aber für Max ist das etwas Normales, weil er nun mal so ist und sich es anders gar nicht vorstellen kann. Also haben wir ihm vor Augen geführt, dass die Bereitschaft zu helfen, wenn andere nicht alleine zurechtkommen oder in Not oder traurig sind, nichts Selbstverständliches ist. Und dass ein solcher Charakterzug ganz viel Positives bringen kann. Man wird als Mensch geschätzt, steht bei Schulkameraden und später dann bei Arbeitskollegen und Vorgesetzten höher im Ansehen und ist einfach auch mit sich selbst mehr im Reinen. Denn anderen zu helfen, macht glücklich. Auch Max' Charme ist durchaus etwas, das mit seiner ADHS zu tun haben könnte. Immer wieder hören wir von Verwandten, Nachbarn, Lehrkräften, dass es zwar oft nicht einfach mit Max ist, dass er aber andererseits so ein liebenswertes und warmherziges Kind ist. Er hat immer ein Lächeln auf den Lippen, ist fröhlich und sonnig und hat eine wirklich tolle Ausstrahlung. Max konnte sich gar nicht vorstellen, dass all das wirklich typisch für Menschen mit ADHS ist. Aber als wir ihm dann ein paar Stellt aus unseren Büchern zeigten, nickte er schwer beeindruckt. Auch seine Begeisterungsfähigkeit, seine Neugierde, seine Wissbegierde und vor allem die Kreativität, die oft bei ADHSlern sehr stark ausgeprägt ist, können ihn im Leben mal weit nach vorne bringen. Erinnere dich an die Entbindungsbox für Sira und den Limostand, erklärte ich, als er fragte, was ich genau damit meine. Du hattest die Idee zur Box, hast dich da richtig reingesteigert, weil du von der Vorstellung eines gemütlichen Geburtsbehältnisses eben wirklich begeistert warst und kreativ, wie du bist, wurde dann ein Limostand draus. Aber Dad, das war ein Versehen. Meine Gedanken und Hände hatten sich irgendwie verselbstständigt und plötzlich war der Limostand fertig. Da habe ich nicht viel nachgedacht. Wieder mal. Genau das ist ja der Punkt, warf Doris ein. Kreative Menschen denken da meist nicht viel nach. Die Ideen kommen oft von selbst. Ein typisches Beispiel dafür ist Thomas Edison, einer der berühmtesten Erfinder aller Zeiten. Von ihm stammen so geniale Dinge wie die Glühbirne und der Phonograph, das ist der Vorläufer von modernen Diktiergeräten. Auch Edison hatte ADHS. Selbst wenn man das Syndrom damals noch nicht gekannt hat, haben schlaue Köpfe das anhand von Aufzeichnungen über sein Leben rausgefunden. Andere Beispiele aus der Geschichte sind Wolfgang Amadeus Mozart, das Musikgenie, der berühmte Schriftsteller Hermann Hesse, der Physiker Albert Einstein oder Leonardo da Vinci. Alles extrem kreative Menschen. Max war sichtlich beeindruckt. Doch dann merkte ich an seinem Gesicht, dass sie schon wieder Zweifel breitmachten. Und da kam auch schon die nächste Frage. Aber die waren alle sicher super schlau und vor allem in der Schule nicht solche Nix-Checker wie ich. Also, Thomas Edison zum Beispiel ging nur ein paar Monate in die Schule, erklärte ich. Danach hat ihm seine Mutter Lesen, Schreiben und Rechnen gelernt. Und all das Wissen um Technik und Elektrizität hat er sich mehr oder weniger selbst beigebracht. Und zum Thema Intelligenz und ADHS kann ich dir nur sagen, dass ADHSler keineswegs weniger intelligent sind als andere. Ganz im Gegenteil, es gibt unter ihnen sogar recht viele Hochbegabte. Außerdem ist Intelligenz sowieso relativ, gab ich zu bedenken. Viel wichtiger sind geistige Flexibilität und schnelle Analysefähigkeit. Und da hast du die Nase ganz weit vorne. Wenn du nämlich bei etwas richtig gut zuhörst, durchschaust du die Dinge im Bruchteil einer Sekunde. Soll heißen, auch wenn etwas noch so kompliziert ist, kannst du blitzschnell eins und eins zusammenzählen und stellst entweder eine richtig schlaue Frage dazu oder bringst etwas Wesentliches genau auf den Punkt. Wie ein findiger Anwalt vor Gericht. Vorausgesetzt natürlich, dich interessiert, worum es gerade geht. Echt? Max sah mich fragend an. Ja, echt, antwortete ich. Früher war mir nie klar, warum du manchmal etwas relativ Einfaches nicht zu verstehen scheinst, dann andererseits aber oft wieder Sachen sagst, bei denen ich glaube, Klein Einstein steht vor mir. Aber jetzt weiß ich es. Bei den Dingen, die dich nicht interessieren, unternimmst du gar nicht erst den Versuch, dich da durchzudenken. Aber wenn dich etwas fesselt, bist du einfach top und dann kommt dein brillanter Geist zum Vorschein. Am liebsten würde ich dich ja bitten, den auch täglich in der Schule auszupacken. Aber, meinte ich, als Max gerade eine Bemerkung rauslassen wollte, da sind wir wieder beim leidigen Thema Interesse, schon klar. Max grinste mich an. Ich hatte die Diskrepanz zwischen keinem Plan von irgendwas und messerscharfe Analysefähigkeit offenbar auf den Punkt gebracht. Umgekehrt hatte er anscheinend verstanden, dass er nicht prinzipiell für alles zu doof, sondern ganz im Gegenteil eigentlich ein extrem schlaues Bürschchen ist und es nur daran liegt, dass ihm ein inneres Überlebensprogramm sagt, Uninteressantes besser mal zu ignorieren. Das macht das Programm, um sämtliche Kräfte für Wesentliches zu sparen. Eine Erkenntnis, die für die Schule zwar nichts bringt, die aber zumindest für seinen Selbstwert unheimlich wichtig ist. Als Max dann im Bett war, saßen wir beide geschafft am Küchentisch. Wir waren ausgelaugt. Einem Kind Mut zuzusprechen und ihm zu vermitteln, dass es okay ist, wie es ist, trotz seiner Defizite bedingungslos geliebt wird und auch ganz viele tolle Eigenschaften und Fähigkeiten hat, ist ziemlich kräfteraubend. Mir wird langsam wirklich bewusst, was Doris bisher nahezu im Alleingang an Erziehungsarbeit geleistet hat. Klar verbringe ich viel Zeit mit den Kids. Wir ballen rum, spielen Fußball, machen Sport und haben einfach Spaß miteinander. Aber dieses ständige Hinterfragen, was die Erziehung anbelangt, habe ich bisher immer Doris überlassen. Bei dem heutigen Gespräch habe ich allerdings bemerkt, wie wichtig es für Max ist, auch mal von mir zu hören, dass ich mir Gedanken über ihn mache. Er muss wissen, dass mir sehr wohl klar ist, welche Stärken und Schwächen er hat und dass ich über seine Zukunft nachdenke. Ich hoffe, im Elterntraining wird auch thematisiert, wie man sich da als Vater mehr einbringen kann. Mir fehlt der Plan, wie ich das zeittechnisch bewerkstelligen soll, weil ich ja doch immer erst am Abend aus der Firma komme. Außerdem fällt mir nicht wirklich etwas ein, das ich zur Max-Entwicklung beitragen könnte. Abgesehen natürlich von Doris viel gepredigter Konsequenz. Aber für die muss ich noch so richtig üben. So, und jetzt hören wir noch mal kurz etwas von Max, was er von all dem hält, das ihm seine Eltern im zweiten Gespräch gesagt haben. Jawohl, es ist doch noch nicht alles verloren. Mom und Dad haben heute wieder mit mir geredet und mir noch mehr Zeugs erzählt, das mir echt Hoffnung gemacht hat. Ich könnte sogar richtig berühmt werden. Ohne Flax. Die beiden haben mir gerade eben am Küchentisch einige Leute genannt, die auch ADHS hatten. Oder haben. Und trotzdem mega bekannt geworden sind. Und zwar so bekannt, dass sogar ich von denen schon gehört habe. Einer davon war nicht mal wirklich in der Schule. Da wollte ich natürlich gleich einhaken, habe Mom dann aber doch nicht unterbrochen. Mann, wäre das nicht genial, nicht mehr in diesen Verein zu müssen. Aber da wird Mom noch eher Zocker-Junkie, als dass die die Schule abschaffen. Also hörte ich lieber Dad weiter zu, der im Übrigen auch heute wieder jede Menge Likes bei mir eingesammelt hat. Aber nicht nur wegen all den geilen Dingen, die er und Mom mir als typisch für ADHS klargemacht haben. Was mich eigentlich noch mehr beeindruckt hat, war das, was er über mich gesagt hat. Ich dachte immer, Dad weiß zwar, dass ich schnell und sportlich bin und ganz schön viel Kraft habe. Aber dass er auch alle möglichen anderen tollen Dinge, die mir selbst gar nicht klar waren, an mir bemerkt hat, das hat mich echt geflasht. Ich fand auch seine Erklärung genial für das, was andere oft meine zwei Gesichter nennen. Die schieben nämlich immer wieder so unnötige Kommentare wie Ich wusste doch, dass du kannst, wenn du dich nur anstrengst. Oder Na bitte, wenn du willst, geht es doch. Da würde ich denen am liebsten immer sagen, dass das mit Anstrengen und Wollen nichts zu tun hat. Hatte bisher aber dafür selbst keine Erklärung. Aber Dad hat sie mir heute geliefert. In Zukunft werde ich in solchen Fällen antworten, dass ich mir meine Kräfte lieber für Dinge spare, in denen ich gut bin. Und nicht für irgendetwas verschwende, für das ich keine Begabung habe. Vor allem Herrn Rank werde ich das servieren. Was will der Gute dann noch ins Klassenbuch schreiben? Nichts. Wobei das natürlich immer noch nicht meine Probleme mit den Tests und Klassenarbeiten löst. Aber Mom hat bei meinen Zweifeln wegen der Schule gestern wieder das berühmte Wort mit TH fallen lassen. Ob mir so eine Therapie wirklich helfen kann? Wir werden sehen. Hoffentlich rät Ihnen Dr. Mannheimer zu was Lustigem. Ein bisschen was haben die beiden mir ja schon erzählt und die Therapie mit den Drähten am Kopf und mit dem Computerspiel klang echt interessant. Und auch die anderen hörten sich nicht so wirklich nach Lernen oder Schule an. Ein ganz klein wenig entspannter bin ich jetzt schon mal. Also Leute, noch nicht alles verloren. So ihr Lieben, ich hoffe, ihr seht eure kleinen Sturzpiloten, Träumerchen und Vergiss mein Nichts wieder ein wenig in einem anderen Licht. Denn wie zu Beginn dieser Episode schon gesagt, auch wenn man seine Kinder mit all ihren wunderbaren Fähigkeiten und Charakterzügen tagtäglich versichert, werden diese Edelsteine, die unser Nachwuchs in sich trägt, im fordernden Alltag und im täglichen Überlebenskampf oft von vielen lauten und unschönen Worten verschüttet. Nehmt euch doch deshalb mal einen halben Tag mit euren Flummis. Macht was, das euch beiden Spaß macht und wo es kaum zu Reibereien kommt. Und dann fokussiert euch nur auf all das Schöne in euren Kindern. Ihr werdet sehen, wie gut das eurem Nachwuchs und auch euch selbst tut. Ich wünsche euch dabei entspannte Momente, ein offenes Herz und tiefe Einblicke in die Seele eurer Kinder. Ach ja, das Wichtigste hätte ich fast vergessen. Wenn unsere Zappelwunderkinder gut begleitet werden, bleiben all diese wundervollen Eigenschaften und Talente im Erwachsenenalter erhalten. Wie das gelingen kann, wird sich wie ein roter Faden durch die kommenden Episoden ziehen. Gut ihr Lieben, dann hoffe ich, wir hören uns nächste Woche wieder. Bis bald.